Willkommen in der Goplinstadt, die Fantasy-Location im Herzen von Hamburg-Wandsbek. Wer von euch wollte nicht schon immer einmal in die Rolle eines Helden schlüpfen und Abenteuer erleben? In tiefe Labyrinthe vorstoßen und dunkle Dungeons erkunden. Wo hat der Professor seine Schuhe vergessen? Ihr habt die Möglichkeit, einen von vier Heldencharakteren auszusuchen. Sei Magier und bring Licht ins Dunkle der Goblinstadt. Sei Krieger und stell dich mutig vor deinem Team. Sei Heiler und finde die Schwachstellen deiner Gegner heraus. Oder sei das Schlitzohr, das die Schlüssel besitzt und die Türen der Goblinstadt öffnet. Nachdem ihr euch eure Rolle ausgesucht habt, seid ihr Mitglied der Heldengilde und löst Rätsel und erlebt Abenteuer in der Goblinstadt. Hilf den Goblins im Handelsviertel. Messe dein Können gegen andere Spieler auf dem Turnierplatz, dem Kessel. Oder traue dich ins Gossenviertel. Aber pass auf, verlauf dich nicht im Labyrinth. Verdiene Rohstoffe bei der Heldengilde und tausche sie gegen eine bessere Ausrüstung ein, um deinen Charakter auch für die kommenden Aufgaben zu stärken. Falls dir die benötigten Rohstoffe fehlen, die du brauchst, handle mit anderen Spielern. All das und noch viel mehr könnt ihr bei uns auf einer Spielfläche von 900 Quadratmetern erleben. Besuch uns allein, mit Freunden oder als Familienausflug. Wir öffnen unsere Tore auch für Firmen-Events, Geburtstagsfeiern und Schulklassen. Erlebe dein Abenteuer in der Goblinstadt.